Ich sammle Luzern-Müllansetzungs-Schutz für die Tiere. Um meine Rechnungen zu bezahlen und eine Weiterbildung im Naturschutz zu machen, brauche ich pro Monat 3000 Franken. Ich wäre froh, wenn du mich mit einer Spende von 10 Franken pro Monat unterstützen würdest. In der Videobeschreibung habe ich noch Affiliate-Links verlinkt, über die du mich unterstützen kannst, wenn du dort etwas kaufst. Willkommen zu meinem heutigen Video. Heute stelle ich euch wieder eine neue Möglichkeit vor, wie ihr mich gratis unterstützen könnt. Die heutige Möglichkeit ist, gebrauchte Elektronikprodukte bei eurenkauf.de zu verkaufen. Ihr müsst hier oben euren Produktnamen eingeben und die IEA eingeben, zum Beispiel Playstation, dann auf hier und dann hier, auf welches ihr zu Hause habt und auf jetzt verkaufen drücken. Bei dem hier zum Beispiel, bei dem PS4-Spiel Naruto, könnt ihr angeben, ob es wie neu ist, sehr gut, gut oder zettabel ist. Ich drücke hier mal auf sehr gut, dann bekommt ihr 13 Euro für das hier. Und wenn ihr ab 30 Euro etwas dort verkauft, ist der Versand für euch kostenlos. Und bei jedem Verkauf, den ihr dort generiert, bekomme ich 5% Provision. Das heisst, das ist ein 20. Das wäre bei 30 Euro 1,50 Euro, was ich als Unterstützung bekomme für meine Arbeit im Naturschutz. Das ist ein 20.